Diese Entwicklung könnte weitreichende Folgen für die Ökosysteme haben. Die Rede ist von großen Meereströmungen wie dem Golfstrom, die sich in Richtung der Pole verschieben. Nicht nur für Tiere und Pflanzen hat das dramatische Folgen, sondern auch für uns Menschen. Clixoom Nature. Hier gibt's täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich willkommen! Insgesamt acht gigantische Strömungswirbel sorgen für eine globale Zirkulation in den Weltmeeren. Somit haben die großen Meereströmungen eine Schlüsselfunktion für die Meeresumwelt, aber auch für unser Klima. Es gibt drei Strömungswirbel im Atlantik, drei im Pazifik und jeweils einer im Südozean und im Indischen Ozean. Sie alle haben einen enormen Einfluss auf das Wetter und stellen quasi die Lebensadern für viele Arten und somit Ökosysteme dar. Denn Nährstoffe aus der Tiefe werden beispielsweise durch den Kanarenstrom an die Oberfläche gebracht, so dass sich nicht nur Algen und Kleinstlebewesen, sondern auch Fische daran bedienen können. Doch die Ozeanwirbel verändern sich. Wie genau, das konnten Fachleute bislang nur mutmaßen, denn eine Kartierung der Ströme ist aufgrund der notwendigen Langzeitmessungen im offenen Meer mit hohen Kosten verbunden. Doch das Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven hat jetzt entsprechende Satellitendaten genauer ins Visier genommen und durch die Analyse der Daten zum Meeresspiegel und zur Wassertemperatur kamen die Forschenden zu einem eindeutigen Ergebnis. Der aktuellen Studie zufolge verschieben sich diese Strömungen an ihren Außengrenzen um etwa 800 Meter pro Jahr. Das klingt nicht viel, ist aber tatsächlich eine Menge, denn die Ströme verschieben sich schon seit einer ganzen Weile. Die Analyse der Satellitendaten der Meeresoberflächentemperatur von 1982 bis zum Jahr 2018 sowie die Analyse der Meereshöhe im Zeitraum zwischen 1992 und 2018 zeigt eindeutig, dass sich die großen Strömungssysteme der Ozeane bereits in den vergangenen 40 Jahren in Richtung der Pole verlagert haben. Und das in äußerst rasantem Tempo. Dazu Hu Yang, der an der Studie beteiligt war. Auf der Südhalbkugel sind diese Veränderungen besonders deutlich zu sehen. Auf der Nordhalbkugel dagegen beeinflussen Faktoren wie die Lage der Kontinente und die Meereisentwicklung in der Arktis den Strömungsverlauf. Die Verschiebungen zeichnen sich besonders an den östlichen und westlichen Randströmen der Ozeanwirbel ab. Und das hat Folgen. Denn diese Bereiche ziehen sich an den Küsten der Kontinente entlang und haben somit großen Einfluss auf das Wetter und die Fischerei. Doch diese Messungen alleine ließen noch keinen Rückschlüssel darauf zu, was die Ursache dieser Veränderung ist. Und so nahm das Forschungsteam zusätzlich noch Klimasimulationen hinzu und diese offenbarten dann, dass die Verschiebung der Ozeanwirbel eine Folge des Klimawandels ist. Denn die Simulationen zeigen ganz deutlich, dass derart hohe Kohlendioxidwerte in der Atmosphäre, wie sie derzeit gegeben sind, zu einer starken Strömung in Richtung der Pole führen. Dazu schreibt das Autorenteam, wir können somit zeigen, dass die Erderwärmung ein maßgeblicher Motor dieser Strömungsverlagerung ist. Konkret sind wohl die großen Windströmungen für die Veränderung verantwortlich. Denn auch die Winde verlagern sich polwärts und treiben auch die Meeresströmung mit in diese Richtung. Die veränderten Routen der Ozeanwirbel haben bereits jetzt Konsequenzen für die Ökosysteme. Im Golf von Maine sind durch die Verschiebung des Golfstroms Kabeljau-Bestände abgewandert. Ein ähnliches Phänomen konnte auch schon vor der Ostküste von Uruguay beobachtet werden. Denn hier verschiebt sich der Brasilstrom in Richtung Süden. Insgesamt führt die Verlagerung der subtropischen Ozeanwirbel dazu, dass die Produktivität der Weltmeere abnimmt. Denn die mehrstoffarmen Meeresregionen weiten sich aus. Dazu schreibt das Autorenteam. In den Randbereichen der östlichen Randströme beobachten wir, dass die reichhaltigen Ökosysteme schrumpfen, weil sich durch die Strömungsverlagerung die Lebensbedingungen für die Meeresbewohner zu schnell ändern. Wenn sich die Strömungen langsamer verlagern würden, könnten sich die Ökosysteme auch langsam danach richten. Mitverändern. Verlagern. Durch das hohe Tempo kommen sie aber nicht mit und verlieren auf der einen Seite Lebensraum, den sie auf der anderen Seite nicht so schnell besiedeln können, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie werden praktisch ausradiert. Dadurch, dass sich sowohl die Wassermassen als auch die Winde über dem Meer verlagern, ändern sich auch die Pfade von Stürmen. Möglicherweise könnte der Meeresspiegel an manchen Küsten auch schneller ansteigen. Vor allem die Ostküste Nordamerikas wird davon betroffen sein, da die Randströme in höhere Breiten gelangen. Die Forschenden sind jedenfalls alarmiert und warnen davor, dass diese Veränderungen nur den Anfang darstellen und die Weltmeere kurz vor einem grundlegenden Wandel stehen. Todeszone Ostsee dank Klimawandel anklicken, anschauen, natürlich klickst um Nature abonnieren. Bis dann, bleibt dran!